Die Kernpraxis, das heißt die Bestandsaufnahme von verschiedenen Dingen, wie gerade etwas ist, das ist die eine Seite, um vielleicht ein bisschen das Verständnis dafür zu haben, aber letztendlich, was dann Resultate bringt, was dich selbst wachsen lässt und was sich voranbringt, ist sozusagen nur die Praxis. Und was ist eben die Praxis, wenn man heutzutage das Gefühl hat, dass von außen eine zu starke Erwartungshaltung da ist, von außen einem sehr starke Begrenzungen gesetzt werden. Was ist da dann letztendlich die Praxis? Das Lernen loszulassen. Es gibt keine alternative Praxis dazu, es gibt keine alternative Lösung dazu. Solange innen, innerhalb von dir selbst etwas in Disbalance gerät, aufgrund der äußeren Restriktionen, aufgrund der äußeren Rahmenbedingungen, solange ist eben dein Leben gerade nicht in deiner Hand. Weil es eben in dieser Abhängigkeit steht der äußeren Rahmenbedingungen. Und ändert jemand den äußeren Rahmen, ändert er also etwas innerhalb von dir. Das ist genau der Punkt, wo die eigene Erkenntnis irgendwann vorankommen muss, dass du sagst, das will ich nicht mehr. Weil eines Tages, wenn meine Zeit abgelaufen ist und ich würde fragen, wer will jetzt mit mir tauschen, wer will das Sterbebett jetzt mit mir tauschen, da hebt auch keiner die Hand. Und da gibt es halt dementsprechend diesen Gedanken, wenn eines Tages kein Mensch für dich sterben wird, dann wieso solltest du denn jetzt für andere Menschen leben? Wieso solltest du deine innere Welt so abhängig davon machen, was andere Menschen außerhalb von dir, andere Gruppierungen außerhalb von dir erwarten? Und das machen wir halt bei uns in dem Sinne nicht. Was ist die Praxis dazu? An was musst du arbeiten? Du musst arbeiten, etwas an dir zu entdecken, was nicht außer Balance gebracht werden kann. Nur wenn du etwas an dir entdeckst, was nicht außer Balance gebracht werden kann, dann hast du etwas sehr, sehr Wertvolles entdeckt. Und wenn das die Basis dafür wird, wie du durch das Leben gehst, wenn das Leben dir etwas gibt, nimmst du die Möglichkeiten. Wenn dir das Leben etwas nimmt, lernst du und hast du die Fähigkeit, einfach loszulassen. An dir haftet nichts. An dir haftet nichts und du haftest an nichts. So, und jetzt möge einer sagen, ja, aber das ist doch komplett kaltherzig. Wie kann ich so durchs Leben gehen und wenn es Menschen um mich herum, wenn es ihnen schlecht geht, dass ich da kalt bleibe? Es ist nicht kalt bleiben. Es ist in Balance bleiben und klar zu bleiben. Mit dir selbst ist immer noch im Reinen zu sein. Weil wenn du tatsächlich dann deinem Umfeld helfen willst, ist es besser, du hilfst diesem Umfeld, während du selbst klar im Kopf bist. Ja, das ist so ähnlich wie, wenn hier das Feuer ausbrechen würde und alle fangen an rumzuschreien, wer soll uns jetzt anführen hier? Nee, wenn es hier drin brennt, muss es einen geben, der trotz dieses Brennens immer noch schöner ruhig ist. Und der sagt dann, ich sehe die Lösung, da ist der Weg, kommt mit. So, ganz ruhig, so, super. Das erhöht die Überlebenschance einfach ungemein, weil dieser Mensch eben diese Festung geworden ist, weil er nicht außer Balance zu bringen ist aufgrund der äußeren Umstände. Und das ist das, wenn ich sage, wohin geht die Entwicklung. Warum soll ich mich mit diesem Buddhismus, mit diesem Shaolin, mit diesem Taoismus, mit Balance, mit Harmonie, was soll ich mit dieser 1500 oder teilweise 5000 Jahre alten Praxis, was soll ich im 21. Jahrhundert damit? Genau das. Weil das die Methoden bereithält, wie du das in dir entwickeln kannst, wovon ich jetzt seit Anbeginn spreche, etwas zu entdecken, was nicht außer Balance zu bringen ist. Wenn du dich aber als etwas betrachtest, was dem Auf und dem Ab diesem Wellengang der Welt folgt, manchmal ist es super und dann manchmal sind wir wieder beschränkt, dann wird wieder etwas gelockert, dann wird wieder etwas zugemacht. Wenn du dich auf diesem Wellengang befindest, dann fluktuiert dein innerer Zustand. Und genau das ist einfach der Punkt, der Beitrag, die Methoden, die innerhalb der Klöster seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden trainiert werden, kultiviert werden und wenn die Menschheit das so will und die Menschheit das benötigt, in Empfang nehmen kann. Aber auf jemanden, das Auferlegen, das tun wir halt nicht.